Yo, zurück, willkommen in der Aufnahme beim TJ Gamer im Stream, mal wieder. Meine Nase ist zu. Und, äh, scheiße auf die Nase, ja, weil Nasen sind kacke. Oh, daneben. Kann ich schon vergessen, gibt kein A-Plus mehr. Und der Skull ist hier, der Damji ist hier, der Dandy ist hier, äh, der Vonage ist hier, der Fnatic Shushay ist hier, der Fnatic Znade ist hier, der UD ist hier, ähm, der Ocelot, der ist auch hier. Ich bin natürlich hier, der Meat Boy ist hier, Dr. Bandage Girl ist hier. Nein, das war Krankenschwester Bandage Girl. Dr. Meat Boy. Was heißt ein Krankenschwester auf Englisch? Nurse. Crankenhaus, man. Stimmt, Nurse. Das schreibe ich dir nächste Mal bei LOL, ich schreibe mir einen Noob, ich schreibe einen Nurse dahin. Ich denke mich auch, hä? Es gibt einen Krankenschwester-Skin. Ja, wir brauchen eine Krankenschwester, der... Ist wirklich so, Krankenschwester Alkali. Krankenschwester Alkali? Alkali erinnert mich immer so an die Versuche, die wir immer in Chemie gemacht haben. Man tut das in Wasser und dann, ja, dann explodiert die Alkali. Nein, ich kann das Level nicht, ich hab das schon gehasst, also ich... Ja. Boah. Kann jemand mal... Also ich find das Spiel ja am geilsten, wenn man da operieren könnte. Da würd... Ja, warum kann die nicht... Warum kann die Bandage Girl nicht operieren? Ah, nein! Nurse Bandage. Hä? Meins Nurse Bandage. Ja, ja, genau, so ein Charakter. Die operiert dann die ganzen... Die ganzen Kettenwägen weg. Mhm. Machst du das wieder noch einfacher? Nein! Verarzt mich. Ja, ich kann mich freuen. Verarzt mich. Genau, ich kann mich ja noch einmal. Nein, ich kann mich freuen. Ich kann mich freuen. Warum es eigentlich ist immer in der... Boah, da hab ich noch nie drauf geachtet. Ist in einer Welt in jedem Level immer die gleiche Musik? Glaub schon. Echt? Das ist mir noch nie aufgefallen. Also ich glaub, dass jede Welt eine eigene Musik hat. Boah, das Level ist kacke. Das Level ist so scheiße. Ich möchte das schaffen. Nein, du darfst es nicht schaffen. Erste Wetten werden im Chat angenommen. Wer glaubt, dass ich das noch heute schaffe? Nein! Ja, Leute, ihr habt da gesehen, da war ein erster Ausbruch meines Skills, den ihr heute noch erwarten könnt. Denn heute ist Skill Day. TT hat keinen Plan von Heimerdinger. Nein, wie blöd! Da kommt gute Guides raus. Oder geh einfach auf zoolomit.net, glaub ich, oder? Ja, ich glaub net. Wovon hab ich keine Ahnung? Von dem Champ Heimerdinger. Doch, Heimerdinger kenn ich. Das ist so einer, der hat so einen Stab in der Hand. Hä? Okay, kenn ich nicht, kenn ich nicht. Heimerdinger ist der mit diesem Riesenkopf. Es gibt einen mit einem Riesenkopf? Ja. Der Riesenkopf, der Türme setzt, die spuckt. Oh nein! Nicht einer mit Türmen. Die sind blöd, die Türme werden hinterher voll sauer, dann sind die so rot. Kann man die im Chat eigentlich links posten? Naja. Und Leute, ihr braucht mich nicht anzuquerrien. Schreibt einfach im Chat. Damn, wie du bist, Dings. Toll, ich schaff's nicht, Skull. Was denn? Ja, ich schaff's nicht. Ich will wieder den Bug durch die Wand haben. Na, du willst Flash haben? Ja, Flash Ignite. Komm schon. Laufe. Du Gemietete. Gem- Was? Du Gemietete? Ja. Du Mietest- Ja! Girl. Erstes Level. Es ist meins. Ich hab's geschafft, Leute. So geht das. Habt ihr gesehen? Man muss einfach filigran mit der Mietfrau so ein bisschen rumhüpfen. So, seht ihr da? Dann achtmal verkacken. Dann da und dann nicht. Erst links hoch. Das war viel zu schwer. Ich hab wieder viel komplizierter gedacht, als es geht. Und dann einfach da hoch und zack, fertig. So macht es ein wahrer Fang. Kann ich da meist. 60 Sekunden ist das? Was? Ist die Zeit deren Ernst, die man für Abluste haben soll? Richtig, einfach Abluste bekommen. Ist doch nicht deren Ernst, oder? Jetzt mal im Ernst. Du, ich heine schon. Ich geh mal auf die Karte. 60? Das ist überall 60. Guck mal. Loll. Ist das jetzt nur verbuggt, oder? Ja, ist wahrscheinlich so. Die denken sich so, wenn du da durchkommst, dann bist du genug. Dann kriegst du auch raus. Hier ändern sich die Zeiten in der Light World. Komisch. Na ja, mach mal zweite Level. Soll uns nicht... Warum hast du eigentlich das dritte von dem zweiten gemacht? Na ja, das hatte ich mal im... In irgendeinem Stream hatte ich das schon mal die Level versucht. Alter, ist das behindert. Ja, da musst du die ganze Zeit springen, 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 springen. Ne, echt? Da musst... Da musst du nicht laufen. Da musst du nur springen. Ja, deine Mutter springen. Ja, ich muss die ganze Zeit auf der Stelle stehen bleiben und springen, ne? Komm nicht nach vorne. Ja, irgendwann hast du die Decken mit deinem Kopf kaputt gemacht. Nein, Tekken. Tekken. Du musst die kreisigen Cajen. Boah, wo ist mein Kuh? Ich hab... Oh nein, ich hab vergessen, auf W zu skillen. Boah, ich komm es nicht. Ja, was ist Trotzi? Trotzi. Boah, immer, immer der A-Knopf. Der A-Knopf geht nicht. Die beste Ausrede für alles. Auch in der Schule, so, wenn er was nicht schafft. Einfach sagen, der A-Knopf geht nicht. Ja, ich lese noch den Chat. Ich glaube, der A-Knopf geht nicht. Der A-Knopf geht nicht. Der A-Knopf ist kacke. Der A-Knopf ist scheiße. Hi, Torbit. Nein, ich irritiere mich, weil das Bild so rumgebatbar war. Und warum soll ich mich toll fühlen, weil ich bei Borderlands mitmach? Sepp hat mich ja gefragt. Ja, eben. Voll die steifen Hüppel, voll. Was mich selbst verwundert hat. Dann ist es auch voll toll, jetzt in meinem Stream dabei zu sein, bestimmt, weißt du? Weil das ja auch gar nicht normal ist. Weil ich ja auch voll der Übermensch bin. Nein! Der reicht mir. Kickt sich, Damian. Wie lange in Super Meat Boy gezockt wird. Boah. Drei Stunden bestimmt wieder. Oh, weiß ich nicht. Bis halb elf elf bestimmt. Ja, wieder wie letztes Mal. Nein! Immer der Letzte! Jetzt mach schon mal, Bitche! Kann das denn sein? Aber ach. I-U-A. I-U-A. Ah, ja, nein. Bah, nein. Na, na, was? Wie soll ich denn da hochkommen? Ich hab' mich die ganze Zeit rum. Ich hab' mich nicht gehört. Aber weil das Mikrofon die ganze Zeit hochgeklappt. Ich hab' alle mit Döner gegessen hab'n. Was ich eigentlich so macht, dass ich euch in der Hölle habe die ganze Zeit... Ja, bloß noch verstellte Stimme an! So, jetzt ist es weg! Und zwar nicht den Tom-Wann und so'n Dreckigen aus der Hölle. Das war so ein Transformers, man! Das war Optimus Prime! Das war beim Hochklappen vom Mikro und nicht nur das Mikro hochgeklappt, glaubens! Und Leute, ihr braucht mich nicht mit Queries so zu spammen! Oh! Nein! Ich hab's fast geschafft, seit das war Kackengeist! Boah, ich schaff das nicht! TT, wie findest du Cho'Gav, dieses riesenrote Vieh? Ich find's Mist als Gegner! Wie findest du es, TT? Als Gegner ist das voll einfach, hab ich ihn plattgemacht! Du hattest Cho'Gav als Gegner! Doch! Ich hatte mal heute einen! Vielleicht nicht mit euch, aber... Ja... Ja, das gilt jetzt wieder nicht, ne? Was? Selbstlp.de soll down sein? Nö, ich find's nicht! Kennst du, dass das nicht down ist und wenn, dass das vielleicht nicht verfügbar ist, weil der Sepp kurz was macht? Hö, bei mir ist die Seite online! Mein Gott, es geht nicht! Ich... Ja, Leute, hier in der Aufnahme, wenn ihr das jetzt hört, ne? Könnt doch mal beim Sepp auf der Seite vorbeigucken, ist neu, weil mir das Glas hochgeladen ist, ist halt auf jeden Fall fertig! Ha, ha! Ist das ne Monat oder so? Oder Sepp, mehr als zwei Monate brauchst du noch nicht, ne? A3! Scheiße! Okay, guck doch noch nicht, ist noch nicht fertig! Äh, die ist so gut wie fertig, also viel wird da eigentlich nicht gemacht! Nein, fucker! Da wird eigentlich nur noch dann regelmäßig zum Beispiel die LPs aktualisiert! Boah, Sepp, das, das Level hier, ne? Das würde dich bestimmt auch so aufregen! Das ist so ätzend! Ich hab keinen Bock mehr auf das Level! Ich hab keinen Bock mehr! Demji, 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 Demji... Demji... Ja, sing wieder, Demji... Demji, Scheiße! Aha, Demji muss Scheiße! Und ich wirst echt geil sein! Boah, Mann, ich hab's nicht! Pisse! Erstmal auf die rote Schrift drücken... Mein Kopf neigt sich schon! Auf den Werbebanner... Boah, wenn ihr jetzt fragt, wo bei mir Werbebanner sind, dann schlag ich euch! Sondern der Skull meint nicht bei mir! Ey, Leute, ihr könnt doch mal bei mir auf der Seite bei rund um Minecraft draufklicken! Ja, geht da, geht da mal drauf! Der Sepp hat da geile Sachen gemacht! Das ist richtig gut, das erste Bild ist schon richtig geil! Also, das zweite ist das geilste! NEIN! Das dritte ist aber auch gut! Das dritte weiß ich schon, weiß ich schon gar nicht mehr! Das ist MEIN DING! Ah doch, ja stimmt! Aber wir dürfen ja nichts verraten, weil sonst ist halt Quatsch! Aber schade, dass er die anderen von Snow nicht... Also, die Fotografen gemacht hat, Screenshots haben bis so! Mein Gott! Ja, das Level hier hab ich aber bald, weil so langsam hat es gerafft! TT hat gar keine Werbung, Leute! Ich hab keine Werbung, nein! Weil TT, seine Seite ist nur für den Livestream da eigentlich mehr, macht er da nicht! Und hier gibt's keine großen Angebote! Ja, der Titscher, der Titscher, der Titscher, der braucht kein Geld! Der ist reich! Ich lebe von Luft! Und Chips! Luft und Zocken! Nicht Luft und Liebe, Luft und Zocken! Drauf nehmen Twitter mit dem Stroh! Nein! Nicht Fahli! Nein! Immer die Kacke! Ich hab keinen Bock mehr auf dat Level! Dat ist einfach... Nein! Scheiß doch mal the Wand nicht an, man! Das regne ich nicht an! LOL! Demji, du hast grad, äh, Voice bekommen! Nein! Hat er nicht! Demji, 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 Demji! Er hat sein Ego gepusht! Aber Kami, ich glaub das ist, äh, nur Dings Voice, äh, einmaliges, oder? Nein! Das hat nicht! Ich krieg zu viel! Fieße! Nein! Boah, Sepp, das ist so ärgerlich! Das Level ist einfach das Ärgerlichste von allen bisher! Wie, da ist ein Schreifehler wo? Ein Schreifehler? Das hat der Sepp mit Tuden gemacht! Wetten die meinen das, was ich auch meine mit diesen, ähm, uns? Anstatt uns? Nee, das hat der Sepp doch schon... Ja, dann, bei mir steht immer noch UND, was ich ziemlich komisch finde! Warte, Marco! Ja, dann ist da bestimmt wieder ein Catch drin, ne? Oh nein! Ja, Stalker Shater! Ja, ist ja auch richtig! Was soll denn da sonst stehen? Ja, die meinen das heißt Stalker oder sowas mit dir. Obwohl es beides gibt, ne? Sagst du, da muss noch ein N hinten dran, bestimmt nicht? Stalker? Ja, schreibt jetzt einer... Schreibt einer Stalkern! Maaannnn! Äh, nix mit N! Wird so gelassen, dass es so viel besser aussehen würde, wenn einer Stalkern entscheiden würde. Kann, ob ich dich bitte in Bannen kann? Ne, kann ich nicht! Wird nicht ohne Grund gebannen! Wen, äh, wer... Ja, Widerin ist schon ganz gut! Ich hab heute gesehen, die Erster... Die, äh, Erster, die haben wieder Bannen gekriegt! Also Blog fand ich gut. Oder so welche wie, ey, guck mal auf meinem Kanal, hier ein Christian gecrackt Minecraft. Da krieg ich ja, guck mal, Chris auch ein Gratis-Blog. Demgri, Demgri, Demgri. Das war vor drei Monaten. Ja, wenn das vor drei Monaten wär, dann wär's ja schon gar nicht mehr gebannt. Weil ein Bann gilt nur für 24 Stunden. Außer man kriegt wirklich einen, äh, Perm-Bann. Ja, wenn der Perm-Bann ist, ist er wohl selber schuld. Das gibt es nicht! Ihr wollt nicht wissen, wo ich gestorben bin. Beim letzten Teil. Alter! Nein! Doch! Nein! Doch! Da muss ich mich jetzt erstmal von... Boah, nein! Doch! Geh mal nach Hause! Doch! Mein Daumen ist schon voll krank. Und? Interessiert uns doch nicht! Zocken! Wieder wie Hund? Alter! War das übel knapp! Und? M&G M&G, M&G M&G, M&G M&G M&G, M&G, M&G am&G, M&G, M&G M&M m&g! 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 M&G, M&G that noodle! Die, 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 Habe, der ist doch voll der Gamer, joh, der geht nicht duschen, doch. Doch, ich geh duschen, wenn's draußen regnet, ja? Oh. Ey, cool, wusste ich gar nicht das, außer mir das noch jemand macht. Hä, warum... Warum sollst man die Seite im Aufbau einfach streichen? Die Seite ist doch im Aufbau. Fail. Ja, Leute, die Seite ist im Aufbau. Sprich, sie baut sich gerade auf. Das heißt, der Sepp baut da gerade noch mit Minecraft-Blöcken das Ganze zu Ende. Jo. Problem ist nur, dass er auch auf der Seite den Ofen-Bug hat. Was nimmst du, Sepp? Benutzt du WorldEdit? Hm? Geht am schnellst damit. Echt? Hast du WorldEdit benutzt? Ich hab eh nicht Edit benutzt, also ich meine. Ja, mit WorldEdit geht's auch schneller. Echt? Ja, Sepp, ich weiß nicht, ob du das erwähnt hast, wenn du den Lead-Part geguckt hättest, dann wüsstest du, was damit los ist. Kannst den Part ja nochmal gucken, vielleicht fällt dir ja dann was auf. Ich verstehe das LPT gar nicht, weil ich das eh nicht gucke. LPT ist ja im Moment gar nicht dran. Ja, ich meine aber allgemein. Nee, doch egal, ob das posiert ist oder nicht. Das Beste wird eh dein Singleplayer-Projekt, also das ganz große, was du dann baust. Ehe so'n fette Darth-Railer-Teil da. Nein! Nein! Scheiße! Ich hab dich geschaffen! Ach ja, stimmt, das hab ich voll vergessen, das Gebäude. Ja, aber jetzt hat nicht gedacht, der Sepp hat das nie gebaut. Ich hab das echt voll vergessen. Boah, ich will das Template jetzt umschreiben, ich will das nicht so kack haben, ich will das grün haben jetzt. Ähm, Sepp, wird heute der Hexball wieder aufgenommen oder einfach nur so? Nein! Äh, TT hat schon gesagt. Vielleicht ein TT ist ja auf. Ja, ich kann das noch. Vielleicht. Also das Kranke, wo wir mit den 10 oder 12 auf der ganz kleinen Map spielen, das auf jeden Fall. Nein, ey, ich kick dich gleich! Du musst den TT jetzt erstmal leiser machen, kriegst du auch immer voll den Hörschirm. als wenn der stirbt, ey. Ey, Sepp, du musst dann aber nachher Haus an mir Hexball zocken. Weil du die beste Leitung hast mit 64k. Ah ja, der Tisch hat plus 7 Dezibel, genau. Warum das denn? Ja, weiß ich nicht. Ja, das ist aber normal, das haben alle bei mir, weil das sonst zu leise ist. Jetzt höre ich, ich kann nicht mehr. Ja. Mach mich lauter, du Affe! Nein! Oder am besten, du machst TT hier im TS ganze Ganze und machst den Stream an, sodass du alles verzögert hast und antwortest. Weil das ja auch gar nicht zeitverzögert ist, ne? Ich glaube, Sepp kennt das schon mit dem Debitor, Sepp und GLP zocken Ragnarok. Weil ich glaube, er hat es heute sogar noch vor Debitor gezeigt. Ne, weiß ja, da kenn ich dich, weil ich da auch gar nicht bei war. Kennst du nicht, weil du da nicht bei warst. Boah, Kack-Template. Wie soll ich denn da... Da konnte man erst in CSS rein, jetzt geht das nicht mehr mit dem neuen Joomla. Das ist doch voll für den Arsch. Ja, altes Joomla wieder drauf. Nix. Ja, genau. Leg wieder einfach, sodass ich wieder gar nicht hüpfe. Boah, regt mich das Level auf. Ich will das Ende... Ich hab keinen Bock mehr auf das Level. Ich will das jetzt schaffen. Ich will das schaffen. Ja, Affe! Aber wie soll das gar nicht soeben? Ah-na! 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 Ja, der Tietchen hat ja gar keine Spacks im Kopf, ne? Ich hab keine Spacks. Ey Tietchen, das kommt aber geiler, wenn es nicht mit Absicht macht. Der mag ja auch nicht mit Absicht. Klar kann man gegen uns gewinnen. In Hexball. Ihr wisst doch, wie schlecht Recke ist. Und wenn ich mit spürt, wäre ich schon gewonnen. Hüpf doch mal, du Schlampe. Nein, und der leckt wieder! Ich könnte dieses Scheiß-Game-Bett gegen die Wand in den Müll schmeißen. Komm, wage den Schritt, schmeiß den Müll weg. Nein, und der leckere Schlampe. Ey, Recke! Mach so gerne Eigentore! Da schüttle ich dich drauf. Nein! Mach der nicht! Doch! Dann machst du die Eigentore so. Fick dich, du kein Spiel! Ich hasse dich und mich! Boah! Mein Desktop ist komplett voll mit irgendwelchen Sachen, Alter! Rat mal meiner! Meiner ist auch mal voll! Minecraft 1-7! Boah! Minecraft 1-7! Den brauchst du eigentlich gar nicht mehr, oder? Na, weiß ich nicht. Hast du eigentlich schon die Map neu hochgeladen? Nein! Das ist der 24. Hallo? Nein! Ich hab wieder da gestorben! Gott, 24. Wie wird er denn mal gestartet? Kennst du Anfang des Monats? Hast du dir jetzt was mitbekommen, wann du die Maps hochlädst? Ja! Steht ja auch nicht im Video, ne? Stechen! Zum Download der Map? Ey, ich guck dein Video jetzt nicht! Nein! Doch! Boah! Ey, ich war so oft jetzt schon so knapp davor, ne? Das regt mich echt auf! Wie knapp man davor sein kann! Wie nah man an einem Ziel sein kann! Und dann noch abzukacken! Wie du Tee bist! Aber du bist halt nicht so da drauf, hat man so! Ne, gar nicht! Und Sepp, jemand im Stream-Chat sagt, dass da irgendwas mit dem Link zu deinem Stream ist! Wie? Wo auf meiner Seite? Weiß ich mal was! Ja, auf deiner YouTube-Seite! Dass da irgendwie jetzt 404-Feder angezeigt wird! Ach so, weil, ja klar! Ach ja, normal! Ja, ja! Der Link, der ist... Ach scheiße! Boah, dann muss ich den Banner ja neu machen! Fuck! Stimmt, du musst den Code neu machen! Boah, ne! Tja, ja, irgendwie schon! Egal! Egal! Ich weiß, was nen anderen war! Ja, muss ja nicht jetzt gemacht werden! Dann musst du vor morgen machen, wenn die Leute dann alle da rüber gehen und Naruto sehen wollen, dann... Ja, dann gibt es das eben nicht! Was gibt es nicht? Man kann halt nur die gucken, die fähig genug sind, um bei uns für die... ...sitzt, äh, per... Nee, das geht ja bei ihm auf der Seite, geht das ja! Ja! Nur vom Kanal aus kommst du nicht mehr darauf! Also von dem Banner! Ja, oder die, die... Oh, guck mal da! Und dann kriegt er oben rechts und dann muss er direkt auf! Dann, aber... Und so, ich geb eh immer... ...wenn ich manchmal immer... ...einfach oben zips der LP ein... ...äh, zips der LP... ...de eh und fertig! Oh, im besten Fall hat man so ein Leso-Zeich gefunden! Brauch ich nicht! Bin nicht so faul wie andere! Hat man aber im besten Fall... ...wenn man... ...nicht lange suchen möchte und... Und so, du musst bedenken, ich bin mir dann eh meist dabei! Wozu wollt man den Streepen, man? Außer bei SMB, wo ich ihn dann verkacken sehen kann! bottom down down into sinners Ja bis heute Pagan... Ja, mich regt das voll auf gerade! Weil ich schon so nah so oft... so nah so of seizures So nah so oft, so nah so oft... So nah so oft, am Aman... Jetzt doch mal deutsch, bitte! Am Mas first- Now off- Adol is my girl! Serkan Erkan Merkel... Serkan Erkan! Warum zu lachen? Ich komme wieder in den... Serkan Erkan... Serkan Erkan Gooooooool! NEIN! Boah, wie peinlich du gestorben bist! Ich bin ganz ehrlich, das war gerade richtig schlecht. Das war schon zweimal so. Oh nein, das ist so geil. Sie kriegt ja so einfach ist das nicht da oben rein zu kommen. Bei dem Dr Meat Boy. Jetzt sag nicht wieder ist es, weil du das schon so oft gespielt hast. Und du das noch nie gespielt hast. Habt ihr schon gespielt? Ja, aber nicht Codnelly Dark World. Doch, dreimal. Oh nein, ohne einmal zu sterben. Nein! Ja, ich wollte gerade sagen, guck doch mal einfach auf dein Zielprofil. Er hat auch keine Erfolge ohne zu sterben. Na, das war noch mit meiner Gekaufen-Version. Gekauft? Ja. Boah, da kann ich nicht verstehen, wie man sich so als G kaufen kann. Ich hab's ja jetzt einmal... Ich hab's ja auch nicht gekauft danach. Ja, wie willst du das beim Kauf machen? Kaufen! Ja, okay, man kann sich das Spiel ja auch kaufen. Kaufen? Kaufen? Boah, Mann! Kaufen? 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 Ein Kaufen. Kaufen, ja. Schau mal, das Spiel Kaufen. Werden wir jetzt dieses Spiel Kaufen? Scherte gern ein Kack kaufen. Wer kann sich nur essen? Oh, das ist mein Goal. Oh, du bist mein Goal! Oh, du bist mein Goal. Das hat sich gerade ein bisschen zweideutig angehört. Ja, ich weiß. Das war ja auch extra. Das ist klar. Ja, ist so. Ohne Witz, das habe ich echt extra gemacht. Mir war das bewusster, dass das zweideutig ist. Wat, Alter? Wie krank? Ja, okay, eigentlich ist das nicht viel, ne? Seit Anfang des Jahres habe ich jetzt mit Amazon 101 Euro Provision gekriegt. Seit Anfang des Jahres bis jetzt. Ja, ja, ja. Einfach nicht wirklich viele über dein Dings zu bestellen oder einfach nur wenig. Äh, an sich wissen das wenig. So, dass man halt die Sachen so über mein Ding kaufen kann. Kannst du ja ein Video machen. Ja, das werde ich nochmal zusätzlich sagen, wenn ich nochmal meine Homepage vorstelle und nochmal ein Video mache. Dann erkläre ich ja nochmal alles. Das ist auch einfach wie deine Dings, äh, wie die Werbung kriegen zum Beispiel. Das ist einfach Unterstützung für die Let's Plays. Oder er sagt zum Beispiel, um neue Let's Plays zu können. Keine Arbeit ist mal eben, dass anstatt jetzt, äh, weiß ich nicht. Oh, geschafft! Sauber. Das jetzt über normalen Amazon zu kaufen, einfach mal über selbst Amazon zu gehen, ne? Aber wenn man sich eh schon die Sache kaufen will, die der Septa macht, ist das ja kein großer Akt. Hab ich auch gemacht! Irgendein Spiel gezockt, was mit A anfängt. Mit A? Mit A? Äh, A? Affen Kong. Affen Kong Funtry. Ach, was? Mein Impressum ist falsch? Ich war eh Katastisch. Er hat da jetzt Sebastian geschrieben. Wie geil ist das denn? Er schreibt dem Mann da jetzt. Auf deiner Seite? Mit dem Fettum? Ja, sagst du mein neuer Vorname ist Sebastian? Sebastian! Oh, geil. Ja, der hat gedacht, du bist so ein Pokémon. Sebastian, Mann! Und geil, dass auch die beiden, also dass die, ähm, Denkens... Äh, hier... Äh, äh... NEIN! So, äh, falsch angezeigt werden. Äh, oh, oh! Nee, nicht mehr! Bei mir steht da ein... A mit so nem... komischen... Gleichzeichen. Und dann noch so nem Viereck. Äh, äh, bei mir. Nein, warum leckt der denn? Bei Beiträge. Bei mir nicht. Boah, jetzt... Jetzt raste ich aus. Jetzt hab ich keinen Bock mehr auf dat Level. Auf dat Level. Oh, das ist mein Geil! 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 Bayonetta! Also das ist der erste Link, den ich jetzt da reinballer. Ah, das ist mein Geil nicht. Egal, das ist das denn! Bayonetta kostet 120 Euro. Das ist ja epic, äh. Alpha-Protokollen kosten gerade noch 2 Euro. Oh, das ist mein Geil! Das ist mein Geil! Oh, das ist mein Geil! Das Level ist echt einfach hier, aber ich bin wieder... Die Unfähigkeit in person! Weiß nicht, genau! He? Das ist echt einfach, das Level, wenn man sich das mal anguckt, ist das übelst einfach. Ja, sehe ich es ja grad! Ich muss einfach nur hier mal die Schlüssel holen. Ja, und da leckt er wieder. Aber wenn er leckt und ich dann irgendwie so ein paar Frames nix sehe, dann kann ich das ja auch richtig geil machen. Stimmt, Alan Wake wäre eigentlich ganz oben. Oh, das ist mein Geil. Alan Wake ist auch voll geil. Ich guck's da immer mal wieder rein, das ist richtig gut gemacht, irgendwie von der Atmosphäre her, find ich auch. Dein Let's Play ist doch auch. Hä? Dein Let's Play ist doch auch. Ja, der hat doch eine Xbox, ne? Er hofft, dass ich eben eine. Echt mal, nur für das eine Let's Play und danach schmeißt du sie in Müll. Dann verschenkt er sie wieder. Alan Wake Uncut? Was soll denn bitte Uncut sein?